Herzlich Willkommen hier auf dem YouTube-Channel von Poughkeepsie Network. Heute geht es mal um ein Produkt von Intel. Besser gesagt haben wir zwei hier zur Verfügung. Das eine von Intel selber, besten Dank für die Leihgabe. Das andere von Sigiman, www.sigiman.ch. Besten Dank für deinen Nook, den du uns zur Verfügung gestellt hast. Und diese beiden Geräte möchten wir euch ein bisschen genauer vorstellen. Mac-Nutzer kennen ja kompakte Geräte. Hier zwar ein bisschen ein älteres Modell, die neueren sind ja auch kompakter. Hier aber auch für die Windows- und die Linux-Welt ein bisschen kompakter oder um einiges kompakter. Kleine Mini-Rechner. Das Ganze, wie ihr hier sehen könnt, gibt es in vier Ausführungen. Zum einen den Bürohengst in der kleinsten Ausgabe. Der mit dem roten Deckel, das ist mehr so der im Bereich Musik, Movie, also Media Center geht. Dann habt ihr den mittleren und den ganz grossen. Das wäre dann dieses Modell. Die vier verschiedenen Modelle unterscheiden sich zum einen durch die Konnektivität und durch die CPU, die verbaut ist. Im kleinsten ist ein Intel Celeron Prozessor drin, in den mittleren beiden ein Core i3 und im grossen ist ein Core i5 Prozessor mit drin. Aber schauen wir uns doch die beiden ein bisschen genauer an. Nehmen wir zuerst den kleineren. Wie gesagt, der mit dem roten Deckel. Das ist derjenige, der vor allem geeignet ist für die Media Center Geschichten. Und ähnliches kann natürlich auch für anderes verwendet werden. Aber kommen wir zum Gerät selber. Vorne hat es einen der drei USB 2.0 Anschlüsse. Hinten sind es hier nochmals zwei. Der Stromanschluss. Lüftung. Ein HDMI Ausgang. Und ganz interessant. Ein Thunderbolt. Und Kensington Lock. Das Ganze wird aufgeschraubt hier unten. Aber das schauen wir uns in einem nächsten Video an. Des Weiteren wird hier noch das WLAN Modul mitgeliefert. Was bei allen NUC Modellen nicht dabei ist, ist eine SSD. Sprich die Speichermöglichkeit. Und der RAM. Die müsst ihr euch zusätzlich dazu kaufen. Aber dazu dann im nächsten Blogbeitrag und eben auch im nächsten Video mehr. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier noch das externe Ladekabel mit Adapter. Das war der kleinere. Und jetzt schauen wir uns den grossen an. Vom Aussehen her identisch. Einfach mit dem schwarzen Deckel. Zusätzlich hat es hier noch ein Quick Install Guide. Und das habe ich vom anderen nicht gezeigt. Ein Mount für die Montage an der Wand. Oder wo ihr das Ganze dann immer montieren möchtet. Eine Kompatibilitätsliste der RAMs. So wie auch hier auf der Seite Kabel. Ladekabel und die Schrauben für den Mount. Aber kommen wir jetzt zum NUC selber zurück. Hier habt ihr auf der Front den USB 3.0 Anschluss. Das seht ihr ganz schön auch am blauen Stück Kunststoff hier drin. Dann von links nach rechts der Strom Anschluss. Zweimal USB. Hier handelt es sich um 2.0. Dann zweimal ein Display Port. So wie ein HDMI. Und bei diesem Modell hat es zusätzlich noch ein Ethernet Port. Damit ihr das Ganze direkt euren Netzwerk anschliessen könnt. Natürlich auch ein Kensington Lock. Und auch hier der Lüfter. So wie unten der Lüfter. Richtig interessant sind natürlich hier die beiden Dual Port. So wie der HDMI Port. Insgesamt könnt ihr somit drei Monitore anschliessen. Wie ihr also sehen könnt. Zwar eine richtige Power Maschine. Das grösste. Wie gesagt. Hier ist auch der i5 Prozessor drin. Beim kleineren ist es der i3. Mehr Details zu den beiden. Findet ihr auf dem www.pokipsi.ch Blog. Wie gesagt. Hier im Kanal unbedingt abonnieren. Bekommt ihr noch weitere Videos. Wir werden beide mit SSD ausstatten. Mit RAMs ausstatten. Da haben wir diverse Modelle hier liegen. Und ja. Da werden wir noch einiges zu den beiden hören. Oder besser gesagt auch zu lesen bekommen. Und hier im YouTube Channel natürlich auch zu sehen. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Nochmals besten Dank an Intel. Und an Sigiman für die Leihgabe. Euch einen schönen Tag. Euer Pokipsi. Und tschüss.